So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Super Mario Galaxy 2. Ich komme schon durcheinander beim Titel. Ist ja schlimm. Ne, ich will nicht zum... Hä? Was? Wo willst du mich denn hier hin? Puzzle Planken Galaxy. Äh, dorthin fliegen. Warp 9, Mr. Crusher. Moment. Äh, falscher Film. Verdammt. Naja. Ähm. Das Geheimnis der Bilder... Des Bilderrätsels? Was? Okay, ich muss mich erstmal hier hinsetzen. Moment. So. Also, ich sitze ja schon, aber nochmal richtig hinsetzen. So, was ist das denn? Ein Bilderrätsel? Was? Okay. Oh, das kann doch nicht so schwer sein. Oh. Wollte ich gerade am Kopf kratzen, aber da ist natürlich der Kopfhörer so ein Scheiß. Naja. So. Warte mal. Hier ist doch was. Kann ich nicht hier... Ach, gucke mal. Da gibt es schon mal Sternteile. Das ist ja schon mal praktisch. Hier ist ein Sprungbrett. Warte. Oh, nochmal Sternteile. So. Dann, äh, einmal hier. Ach, gucke mal. Die Musik ist ja schön. So. Da haben wir den auch kaputt gemacht. Den Wiggler. So. Ach, Münzen. Wollte ich die gerade mit dem Zeiger einsammeln, aber das geht ja gar nicht. So, was bist du denn? Oh. Mist. Verdammt. Aus welchem Spiel waren das? Ja, auch aus Mario ist klar. Aber aus welchem davon? Du 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 ich glaube aus einem Super Mario World Teil. Was willst du denn? Ich bin so hungrig 70 70? Wo soll ich die herbekommen? Lieber nicht ich hab ja eh nicht genug. Hallo? Zeiger? Jetzt. So. Ach wie wäre es wenn du mir für meinen hungrigen Magen? Ja ja wenn ich so viel finde dann gerne. Ach guck mal eine Röhre. Ich wette hier drin sind Münzen. Das war so klar. Das reicht doch niemals. Mist. 51? Ein paar mehr waren da noch aber wo soll ich die restlichen herbekommen? Also hier bekomme ich zumindest schon mal welche. Hier sind auch noch mal Münzen. Okay. Kann ich einmal einsammeln? Krieg ich die jetzt noch zusammen ist die Frage. Also die war toll. Wenn ich die nicht mitnehme dann erst recht nicht. Ah hier sind auch noch mal Münzen. Das ist gut. Noch mehr Münzen. Noch mehr Münzen. Das ist noch viel viel besser. Ah na toll. Nur Sternteile sind scheiße. Was will ich denn mit Sternteilen? Ich will Münzen. Warte mal andere Seite gucken. Hm. Sternteile. Verdammt. Ach Münzen. Ach Münzen. Ach Münzen. Ach Münzen. Das fehlen genau fünf. Oh Mann. Ups. Hey geht er hoch. Okay muss ich das beim nächsten mal probieren. Also gut. Wir fangen mit dem obersten an. Logischerweise. So. Also gut. Muss ich gleich noch mal reingehen. Ne. Nicht hier hin. Warte. Hier hin. Hey. Gott ist das verwirrend. Man kommt übrigens auch hier hoch. So. Und jetzt hier weiter. Ach hier bin ich jetzt. Okay. Warte. Was gibt's hier? Wette das fährt jetzt runter. Das war so klar. Oh. Verdammt. Wie fies. Bedenkt sich das aus? Hätte ich nur drauf stehen bleiben können. Mann. Ha. Habe ich das geschafft. So. Warte. Hier. Nein. Nicht so. Hier an der Wand. Hoch. Hoch. So. Vorsichtig hier. Sonst fällt da wieder was runter. Das wollen wir ja nicht. Aua. Ach scheiße. Wie schade. Wie schade. Ja. Das hat ja wunderbar geklappt. Da warte ich denn doch ein bisschen zu eilig. So. Hier muss man echt schnell sein. Hier nicht. Hier kann man ein bisschen warten. Ich kann doch die Kamera nicht drehen. Das ist ein bisschen doof. Aber naja. Was will man machen. So. Boah. Wie fies ist das auch. Einfach. Warum ist hier einfach so ein Leben? Muss doch irgendwie eine Bewandtnis haben. Wie schade. Warte. Ich gehe einfach mal weiter. Ach. Puh. Hier. Der verkauft mir was. Ne. Will ich nicht. Oh. Sternenteile. Sternenteile. Ich will lieber die Sternenteile als irgendwas verkauft zu haben. Na nun. Hallo. Hilfe. So. Das ist schon mal richtig. Da bin ich ja der beste Rätsellöser der Welt. Wenn ich das hier schon mal geschafft habe. Warum springt der eigentlich nicht gerade? Ist ja sinnlos. Wo kommen die Sternen? Ach. Von da hinten. Um die Sternenteile her. Wow. Das ist das schwierigste Bilderrätsel der Welt. Auf ganz Welt. Ach. Gucke mal. Ein Käfer. Äh. Ein Käfer? Zwei Käfer. Ups. Da ist ja schon einer tot. Oder sowas. Das ging aber jetzt ein bisschen schnell. Wofür braucht man hier eine Life Extension? Das ist ja lahm. Das ist ja echt einfach. Der hier. So. Ich habe den Stern erhalten. Das ist gut. Aber ich möchte auch gerne noch den mit den 170 Münzen haben. Das wäre toll, wenn ich den noch bekäme. So. Du hast einen Powerstern erhalten. Geheimnis des Bilderrätsels. Kometenmünze habe ich auch erhalten. Sternteile habe ich erhalten. Und speichern möchte ich auch gerne. Speichern. Speichern. Lass mich speichern. Achso. Der macht ja sowieso automatisch. Während du unterwegs warst, habe ich die Galaxienkarte ein wenig geändert. Schau sie dir einmal an. Dein Spiel wurde gespeichert. Okay. Ja. Achso. Nee. Ich muss ja gleich weitergehen. Was gibt es denn hier? Was hat sich denn geändert? Ach, gucke mal. Dies ist die Weltenkarte. Dank der Kraft der großen Sterne reisen wir durch Raum und Zeit. Wir können eine weitere Welt bereisen. So weit du so weit bist, Steuermann. Okay. Ach nee. Jetzt kann ich hier auch schauen. Die ist komplett. Hier habe ich zumindest die Kometen. Hier habe ich die. Nee. Okay. Die habe ich da auch. Okay. Gut. Komplett heißt, ich habe auch die Kometenmedaille. Oder Münze. Ich sage mal, Medaille heißt ja eigentlich Kometenmünze. Na egal. Dorthin fliegen. Ja. Den geheimen Stellen will ich nochmal haben. So. Okay. Dann wollen wir mal hier geheimer Stern. Ich weiß ja, wo er ist. Das ist ja schon mal nicht das Problem. Das Problem ist, die genug Münzen zu kriegen dafür. So. Ich schaue mal. Was haben wir denn hier? Hier sind nur Sternteile. Gut. Ich schaue mich jetzt hier einfach um. Ist klar. Ich weiß ja jetzt, wo es weiter geht. Aber hier sind... Ach nee. Hier waren auch nur Sternteile. Ja, ich hopp's jetzt... Ich hopp's jetzt noch ein bisschen rum. Das ist auch schön. Aber eigentlich möchte ich... Hier ist ein Video, wie ich das machen kann. Okay. Hey. Lass mich da. Na, nur Sternteile sind scheiße. Okay. Hier sind auch nur Sternteile. Hey. Jetzt... Mann, diese Steuerung. Hier unten ist gar nichts. Mist. Ich wollte nur gucken, ob hier Münzen sind. Nur so... Für alle Fälle. Na, nur Sternteile. Ich möchte Münzen haben. Verdammt. Da ist eins runtergefallen. Auch noch ein Sternteiler. Toll. Ja, Sternteile. Sternteile. So. 36. Hier war das. Genau. Genau. Ernsthaft? Alter, wie knapp ist das denn bitte? Das gibt's ja gar nicht. Frag mich, wie... Wie schnell man denn sein soll? Ich war ja schon. Habt ihr das nicht gesehen, wie schnell ich war? War gar kein Fehler gemacht eigentlich. Und trotzdem... Alter, what the fuck? Hat irgendwie die Millisekunde gefehlt? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ach. Hier sind nochmal Münzen. Das ist auch... Das ist nicht gut. Aber hier sind ja Münzen. Die mich heilen. So. Hier ist ein Gourmet-Numa. Der möchte gerne Münzen haben. Hier sind auch nochmal Münzen. Hier ist auch nochmal eine Münze. Warte. Ich muss schon alle sammeln, alle Münzen. Na, ist klar. Weil hier brauche ich auch nochmal welche. Also die muss ich offensichtlich... ...wirklich zum Großteil eigentlich alle sammeln. Ich glaube, drehen bringt hier gar nichts. Na, jetzt fehl' ich hier auch noch. Das wird doch so nichts. So krieg' ich doch nie 70 zusammen. 60 hab' ich jetzt. Hm. Fehlen noch 10. Die Frage ist, wo krieg' ich noch 10 Münzen her? Hier gab's doch... Hier gab's bestimmt noch irgendwo Münzen. Hier muss es noch irgendwo Münzen geben. Ne, hier waren nur Sternteile. Ne, ach ne. Hier waren Münzen. Okay. Jetzt hab' ich 65. Und hier? Ah, Sternteile. So ein Müll. Andere Seite. Warte. So, warte. Hier oben. Ach ja, hier oben waren ja noch Münzen. Und du Mistvieh hier. Warte, da müssen wir mal ganz kurz auf den Kopf springen. Und jetzt haben wir schon 70. Das ist gut. Hallöchen. So, ich bin so hungrig. Gib's mir 70 Münzen. Bla 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 bla. Du verwandelst dich dann. Aber sicher. Oh, fein. Ich hab' gerade einen solchen Kohldampf darauf. Ich muss mich für eine Stimme entscheiden, ne. Ist schwierig manchmal. So. Oh ja, das weiß ich. Mein Bauch ist so voll. Dann wollen wir mal losgehen. Verwandelo. So. Äh, ein neuer Planet wurde geboren. Was zur Hölle? Ein Checkpoint. Ein Wolkenpower up. Verstehe. Warte, warte, warte. Das mit dem Hechtsprung ist echt praktisch. Ach du hier. Schon wieder so ein Käfer. Verdammt. Das ist nicht sehr hilfreich. Hm. Da hab ich ihn einmal getroffen. Okay. Ach stimmt. Ich hab' Der, der kommt mir auch sehr bekannt vor. Ich hab' den noch in Super Mario Dings, äh, mit Bienenpower up gemacht. Soweit ich weiß. Ach, hier sind nochmal Münzen. Nicht, dass ich Münzen brauchen würde. Ha, hab' ich dich. Hehehe. Tja, so geht das, ne? So muss man das eigentlich machen. Ach guck mal, er lässt Sternteile fallen. Ist ja praktisch. Die möchte ich auch haben. So, was machst du denn? Du fliegst jetzt so schräg hier. Und wirfst mit Bomben. Wie auch immer er die holen kann. Oder wo auch immer er die herholt. So, ich bleib einfach mal stehen hier. Und hoffe mal, dass er gleich wiederkommt. Bevor meine Links weg ist. Na toll. Verdammt. Verdammt. Das war ein Mist. Okay, ich bleib einfach hier stehen. Und warte mal. Ne, jetzt muss er sich bloß noch richtig hindrehen. So. Ups. Ha, hab ich dich. So. Bist du jetzt tot? Oder bist du jetzt nochmal wütender? Ne, du bist tot. Okay. Ja, es ist einfach. Das genial ist, du kannst einfach auf den Wolken stehen bleiben. Musst dich nicht um die Bomben am Boden kümmern. Eigentlich. Und Sterne halten. Tja, das war jetzt echt nicht so schwer. Gut. Haben wir jetzt diese Galaxie komplett? Oder kommt da bestimmt noch so ein Kometendings wieder? Na ja, schauen wir mal. Okay, geheimen Sterne halten und stinkt der Stinker... Stinkenkäfer? Keine Ahnung. Wie er heißt. Hab ich jetzt nicht gelesen. Du hast Münzen erhalten. Und dein Spiel wurde gespeichert. Und die Galaxie ist offensichtlich nicht komplett. Nö, da fehlt noch was. Und ich kann jetzt mal hier hingehen. Oder ich gehe mal zurück. Warte, ich gehe mal zurück. Hier irgendwo. Warte, hier? Ne. Hier. Fehlt jetzt doch noch einen Stern. Den holen wir uns doch mal schnell. So. Okay. So viele Stachis. Was? Was sind denn Stachis? Ach, das... Das sind Stachis? Okay. Hm. Und da ist ein geheimes Dings. So, nicht so ein geheimes Dings. Äh, ein, ein, ein... Na, na, so ein Bonuslevel wollte ich sagen eigentlich. So war... Knochen am Anfang. So, dann wollen wir mal suchen nach einem gewissen... Ähm... Na toll, Lakitu. Ich suche eigentlich Yoshi. Warte mal. Sprechen. Wenn du Lebenskraft verlierst, rennt Yoshi davon. Steige wieder auf, bevor... Okay. Die Frage ist, wo ist Yoshi? Und was ist das hier? Wie komme ich hier ran? So komme ich hier einfach ran. Ich glaube, man sollte es eigentlich anders machen, aber es geht auch so. Hm. Ja, wo ist denn Yoshi? Mann. Hier ist Yoshi. Es sind vielleicht zwei Yoshis. Hab ich gar nicht gesehen. Bin ich jetzt dran vorbeigelaufen? Das gibt's ja nicht. Nee, mit B muss ich... Okay. Müssen die essen? Tatsächlich. Ach, und ich kann die denn werfen? Verstehe. Höh? Hey. Du sitzt da runter und das Leben holen. So, was war das denn gerade? Ist ja ganz seltsam. Ach, der wirft die jetzt auch nochmal, ne? So, die Frage ist, wo muss ich denn eigentlich hin? Ah, ich sehe, was ich machen muss. Das bringt irgendwie nix. Will die mal anvisieren? Ist gar nicht richtig, wahrscheinlich. Naja. So, die kann man wegpfeffern hier. Und dann kann man hier hingehen. Oh. Ups. Mann, die sind direkt sicher. Wieso man die denn rechtzeitig alle platt machen? Keine Ahnung. Ich brauche erstmal wieder Yoshi. Wo ist denn Yoshi? Ach, wo war er denn? Der war doch hier irgendwo. Der war doch hier irgendwo. Da ist er irgendwo. So. Gut. Eine Münze. Oh. Ups. Hey, Yoshi. Bleib, bleib, bleibst du mal hier? Nein, ich wollte den eigentlich, naja. Gut. Ups. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig, wie ich's will. So, was war da drin? Nur so ein Vieh. Das kann er essen und dann krieg ich Sternteile. Ist ja praktisch. Mann, der schießt jetzt schon mal weg. Wollte eigentlich drauf springen und mir Münzen holen. Na ja. So, ich möchte gerne weiter gehen. Vor allem, wo geht's denn weiter? Ach, hier. So, hier geht's weiter. Und hier oben ist doch noch was. Ah, eine Münze. Genau die will ich eigentlich auch. Nur Yoshi kommt da irgendwie immer... Uah. Alter, da waren aber viele. So. So, okay. Haben wir das? Ah, noch eine Münze. Also, noch eine Münze. Nicht nur so. Hallo? So. Ähm. Ah, verstehe. Ups. Auch interessant. Danke, dass du mir geholfen hast. Okay. Achso. Ich wollte ihn grad aufessen. So. Auch schön. Bestimmt lecker. Oh, warte. Hätte ich drehen können mich und jetzt bin ich hier. Frag mich, wo ich hingekommen wäre, wenn ich mich da gedreht hätte. Okay, hier brauche ich das Ding. Okay. So. Okay, hier ist noch ein Checkpoint. Boah, jetzt ist es so dunkel hier. Hallo, da hoch. Genau. Oh, eine dunkle Wolke. Am Himmel. Deine Brille sitzt schief. Kann ich denn essen? Nee. Ah, okay. Ich weiß, was ich machen muss. Wuh. Der weicht einfach aus. Wuh. Daneben. Na toll. Ah, Volltreffer. Oh, Sternenthal. Was machst du jetzt? Oh nein, Gewitter. Das ist natürlich total schlecht. Wollte ich gar nicht. Ah, Volltreffer. So, jetzt habe ich die Münze eingesammelt. Die wäre eh gleich wieder weg gewesen. Na, egal. Noch eine. So, jetzt ist er schon wieder wütend. Moment. Was kommt jetzt? Wieder Gewitter. Jetzt ist er weiter weg. Okay. Ups. Nein, Yoshi, nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Wow. Mist. Er bewegt sich nicht so, wie er erwartet. Nein, Yoshi, nicht weglaufen. Wie fies. Ist er genau dann ausgewichen, als ich... Nein, aber wo schießt du denn hin? Nein, ah. Was war das denn? Ha, na. Mann. Er hat das kaputt gemacht mit seinem... Das ist ja gar nicht. Ups. Nee, du sollst da hoch. Was war das denn jetzt? Was macht der denn da nur? So, warte. Na, schon wieder daneben. Ich treffe einfach nicht. Ich muss... Ich muss ihn doch bloß treffen. Das ist... Das ist ja auch nur das Problem. So ein Scheiß. Ich bin genau rein. Na toll. Ich kann übrigens auch... Wenn ich jetzt von Yoshi runtergehen könnte... Wie ging denn das? Ach so. Ich weiß, wie es ging. Ich müsste ihn bloß treffen. Toll, noch ein Sternteil. Na komm. Ich muss ihn doch bloß... Einmal verdammt nochmal treffen. Na also... Geht doch. Mein Gott. Ist ja schlimm hier. So, oh, seine Brille. Tja. Und es ist wieder hell hier. Ach, ist das nicht schön. Mein Stern. Sterne halten. Du hast einen Power-Stern erhalten. So viele Stachis. Yoshi... Äh, Stern-Yoshi-Galaxie. Und Sternteil habe ich erhalten. Und Münzen habe ich erhalten. Hast du diesen Tod gesehen? Er brabbelt die ganze Zeit etwas von Posten und Brief vor sich hin. Okay, da ist ein Tod. Geh mal rüber und sprich ihn an. Dann hat das Gemurmel endlich ein Ende. Hm. Dein Spiel wurde gespeichert. So was. Post und Brief. Hallo? Hey, sprechen. Mario, ich habe meine Bestimmung gefunden. Ich bin ein Brieftod. Ne, ich bin nun ein Brieftod. Ich stelle Leuten Briefe zu. Ist das nicht klasse? Und stell dir vor, der erste Brief ist für dich. Lieber Mario, ich bin gerade sehr weit weg von dir, aber es geht mir gut. Ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen. PS, diesen Brief lege ich etwas bei, das du hoffentlich gebrauchen kannst, deine Peach. Ist das nicht der gleiche Brief wie in Super Mario Galaxy? Diesem Brief lag ein Wannapilz bei. Nur eins? Schnürf, selbst in Gefangenschaft ist die Prinzessin noch wunderbar fürsorglich wie rührend. Also dann, bis zum nächsten Mal. Irgendwie sind die... Ist der Text genau wie in Super Mario Galaxy? Oder irre ich mich jetzt? Ich habe schon 713 Sternteile. Krass. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, vielleicht auch mal abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Oder die anderen Videos gucken oder so. Weiß ich nicht, was ihr wollt. Ist mir egal. Also eigentlich ist es mir nicht egal. Ich freue mich, wenn die Leute das gucken. Aber naja, müsst ihr entscheiden, ne? Ähm, na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüü